Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners Warne. Die erste Runde vom Turnier ist beendet. Ich habe eine kleine Pause bekommen und kann jetzt wieder Sachen machen, die eigentlich sowieso angestanden wären. Und wir machen hier dann weiter mit dem Summoning. Das giveaway aktuell läuft ja noch. Bitte, wer da noch nicht reingeschaut hat, könnt ihr mal das Video anklicken und vielleicht einen Kommentar dazu schreiben und ein Like reinhauen. Ja, da wünsche ich euch einfach viel Glück. Bisher ist die Teilnahme wirklich extrem gut, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, und wir machen hier mit dem Summoning weiter bei Mini, Ministo, wie auch immer. Ich sage einfach Mini, hört sich besser an. Er hat ein Riesensummoning vorbereitet. Eigentlich wollte ich heute zwei Summonings machen, aber es wird mir nicht reichen. Ich hoffe, ich kriege das Video überhaupt hier durchgeschnitten und schnell hochgeladen. Weil eigentlich das ganze Wochenende ist eigentlich ziemlich busy bei mir. Und ja, jetzt muss ich gucken, dass ich zumindest diesen fetten Account hier durchkriege. Und den Rest, den verschieben wir dann einfach oder wie auch immer. Wir werden das schon sehen. Ich bin in 8008. Also es ist alles vorbereitet. Wunschliste direkt gibt es keine. Ich habe mit ihm ein bisschen so nebenher gelabert. Er hätte gerne einen Gallion und einen Isaac. Und ein Virat wäre auch nicht ganz schlecht. Mal gucken, was wir hinkriegen. Wir haben hier wirklich volles Programm quasi. Ihr könnt es ja mal angucken. Wir haben eine legendäre von den Pieces. Wir haben zwei 10 LND-Rollen. Also Licht- und Dunkelrollen. Wir haben eine Windschriftrolle und 131 normale mystische Schriftrollen. Da könnte doch was Schönes drin sein, oder? Wir drücken ihm jetzt alle die Daumen. Ich tue es auch. Und dann legen wir einfach los. Ja, man sollte vielleicht schon richtig klicken. What the fuck? Gut, wir hätten einen Sensenmann. So, ich hätte gern einen Lightning-Elfenwächter. Ist okay für Nekro. Er sucht tatsächlich noch Nekro-Monster. Und ihr wisst ja alles, was Multi-Hits macht und so weiter. Da ist dieser Feuerelfenwächter eigentlich eine ganz gute Sache. Okay, schon mal als kleiner Tipp vorweg. Ich würde mir jetzt nicht zusätzlich bauen, weil eigentlich habe ich mein Nekro-Team mehr oder weniger. Aber jetzt gucken wir mal. So, ich vermisse etwas Leiden. Drück dir die Daumen, Leute. Es drückt sich hier schlecht, aber ich mache es nebenher. Wieder ein Sensenmann. What the fuck? Minotaurus. So. Oh mein Gott. Also, wenn dafür ein fettes Net-Five kommt, dann ist es mir ja egal. Aber zumindest mal ein bisschen Lightning. Holy. Wenn bei 100 kein Lightning ist, haue ich direkt ein paar Licht- und Dunkelrollen raus. Oh, so Gott. Sind wir bei 30 Rollen ohne Lightning demnächst. Scheiße. Hey, was habe ich dem Spiel eigentlich getan? Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, Lightning. Okay. Net-Five. Das sind auch so Monster. Die will man nicht haben. Leute, drückt doch die Daumen. Das darf doch nicht wahr sein. Ist zwar lächerlich, weil ihr guckt das ja im Nachhinein eigentlich quasi an, aber schickt mir eure Energie. Schon wieder der Elfenwächter. What? Lightning, immerhin. Und Galleon in Isaac. Ist das so schwer? Ne Stella. Also, gut. So schlecht ist die nicht, aber ich glaube, ich habe die vorhin in der Monsterbox irgendwo gesehen. Ah, doch nicht. Dann war das bei meinem Account, hä? Damn it. Oh mein Gott. Ja gut, solange es aus der L&D-Rolle rauskommt, ist es mir eigentlich fast egal. Und hier zumindest ein Galleon oder so. Komm. Taki hat doch eigentlich keine Probleme mit Galleons beschüren, oder? Und mit Verrads eigentlich auch nicht. Hier war ein Leck drin. Lightning. Ein Leck vorm Lightning. Oh mein Gott. Was war das für ein Leck? Hat Camtou jetzt echt noch was rausgenommen? Da war bestimmt der Rat. Und da haben die nochmal eine Windzuckerbus reingeworfen. Shit. Die muss weg. Die muss weg. Die ist bald abgelaufen. Hey. Wir machen mal bis 100, dann hauen wir den Rest ins Lager und machen dann in random Light and Dark Rolle. Oder sollen wir alle am Schluss machen? Ah, ich glaube, das ist besser. Boah, die Lightning-Rate ist ja zum Mäuse-American. Großer Gott. Wir hauen mal alles ins Lager. Zweimal Adrian ist auch ganz gut. Also für den Negro würde ich den, wenn du noch kein Team hast, würde ich mir den echt bauen, glaube ich. So, jetzt haben wir wieder ein paar Plätzchen frei. Und weiter geht's. Ich bin echt guter, guter Dinge hier eigentlich. Ich habe mich ja extra beeilt heute mit Heimkommen. Ich war heute in Stuttgart. Habe einen Kumpel nach Stuttgart gefahren. Der hat da sein neues Auto abgeholt. Die Fahrt lief eigentlich ganz gut. Zurück waren wir ein bisschen im Stau. Und ja, jetzt ist alles irgendwie heute ein bisschen komisch gelaufen. Dann müsste doch das Summoning eigentlich klappen, oder? Und ich habe heute wirklich, ich weiß, echt komisch. Ich habe es kaum Idioten auf der Straße gesehen. Lightning! Nein. Den möchten wir nicht. Das ist eigentlich immer komisch. Also ich hatte einmal einen Transporter vor mir. Das war echt krank. So ein Paketdienst-Transporter. Der ist einfach auf der linken Spur mit 170 gefahren. Und ich dachte mir so, hm? Okay. Wenn der mal wirklich eine Notbremsung machen muss, dann gute Nacht, hey. Ich habe etwas Abstand genommen, dass mich die Teile dann nicht treffen, wenn es da zu einem Crash kommt. Ich habe mir das dann von weiter hinten angeschaut, ja. Aber sonst war es echt gut. Also hätte ich gar nicht gedacht. Hey, Lightning! Die ist gut, die ist gut, die ist gut, die ist gut, aber jetzt nicht das, was er eigentlich braucht. Komm, Verat. No, no, no. Galien, Isaac, wo seid ihr? Irgendwas mit Wasser wäre doch nicht schlecht, oder? Komm, 8008. Lightning, 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 Wasser, das Element passt schon. Das Element passt, aber war es nicht ganz das Richtige. Der ist auch ganz cool und lustig, aber keine Priorität. Oh, my goodness. Okay, immerhin den Horus. Wenn du den noch nicht hast, geht's set. Copperbulldozer freuen sich. Aber ja, nicht das, was wir wollen. Nicht das, was wir wollen. Komm. Gib dem Mini ein fucking Verat. Do it. Oh, my God. Hat der einen Pörner? Oh, oh, oh. Fuck me. Ich dachte schon, ich hatte irgendein Gefühl, der war doch ein Pörner in der Box vorher. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Einen zweiten Pörner will man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht haben, aber ich finde es geil. Zwei Pörners kann man immer gebrauchen. Einen wirklich mega Tanki bauen und Leute dazu verleiten, ihn anzugreifen und ewig lang zu brauchen, sodass die anderen denjenigen töten und einer, der einfach in deine Angriffsfolge reinpasst und so wie bei mir, zum Beispiel mit Ganymede und Gemini, dann jemanden one-shotten kann. Also, ist jetzt echt blöd, aber einen zweiten Pörner, es gibt wirklich Schlimmeres. Also, scheiße, schreiben die in der Gilde, jawohl, what the fuck, wissen die das nicht? Oh, Gott. Nicht super, oh, mein Gott. Mein iPad, böses iPad. Ich bin mal gespannt, was da jetzt als Antwort kommt. Minister hat gerade Phoenix bekommen. Jawohl, Duplikat. So, jetzt kommt bestimmt keine Antwort. Oh, rip. Oder sowas. Boah, ein Pörner-Duplikat, ey. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Äh, ja. Oh. Hm. Oh, Mann. Ja, also, jeder, der ein Pörner will, ich kann auch Pörners beschwören. Scheiße. Fuck. Ich hätte es nicht können, wie es denn der Wind sein. Oh, Mann. Aber gut, ein zweiter Feuerphönix ist nicht so schlecht, wirklich. Ist hier Verratt als Ausgleich? Chloe. Okay. Naja. Das ist doch echt gemein. Mann. Shit. Den muss ich dem aber ins Lager packen, sonst wird das nichts. Das muss ich echt machen. Aber sagen wir mal so, sind wir mal froh, dass es nicht bei Light und Dark war, weil ich glaube, die Licht- und Dunkelphönix-Varianten sind jetzt nicht so gut wie der Feuer. Also, obwohl ich darf nicht schreien. Am Ende kommt noch einer. Dark ist ja ruhig, Mann. Das Pech verfolgt dich sonst. Jetzt komm. Gib mir zumindest einen Galeon oder einen Isaac. Komm. Do it. Ich möchte hier doch meinen Family-Friendly-Content-Bail behalten. Wasser Kung Fu Girl. Die ist gut, die ist gut, die ist nice. Die ist wirklich sehr nice. Für den Negro zum Beispiel. Und das war's. So, Wind. Warum ich jetzt noch eine Windrolle habe, ist eine gute Frage. Was hätten wir da gern? Windpanda? Dammit. Okay, dann nicht. Ich glaube, wir machen die Light- und Dark-Pieces wirklich ganz am Schluss. Komm, wir hauen jetzt einfach die Legendäre raus. Bekommen hier Verat. Und dann aus den Licht- und Dunkelrollen Frigate und alles Mögliche. Ach, du Scheiße, Rakan. What the fuck is it? Aber den habe ich nicht gesehen, oder? Habe ich den? Nee, den sehe ich nicht. Ich gucke schnell ins Lager. Ich sehe keinen Verat. Geht's? Hm, auch sweet. Geht's so? Okay. Rakan, jetzt mal ganz ehrlich. Der hat zwar einen kleinen Nerf bekommen, aber der ist immer noch mega gut. Ich verwende ihn nicht mehr ganz so oft, weil er einfach, er schlägt nicht mehr ganz so oft zurück wie früher. Ich glaube, da ist auch ein Shadow-Nerf passiert. Dann ist der Damage einfach nicht mehr der alte, ganz klar. Das war der Nerf. Und ich glaube, ich bin mit meinem Set auch nicht mehr zufrieden. Lebensentzug finde ich nicht mehr so gut auf ihm. Also ich würde ihn tatsächlich, wenn ich könnte, und ich hätte gute Gewalt rund übrig, würde ich ihn wieder Gewalt bauen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja. Okay, dann. Ich glaube, in Net5 wird jetzt hier keiner rauskommen, aber... Fuck. Galen und Eisig kommt hier garantiert nicht raus. Wie wäre es mit Frigate? Kurierhai. Okay. Zumindest ein Lightning wäre echt nice, elementar. Sehr gutes Monster, mit dem kann man Fun haben. Marshal Cat? Nein. Da geht gar nichts. Greif. Okay. Kampfdänzer. Okay. Yes. Hä? Leute, seid froh, dass ich keine Facecam habe. Ich habe nicht mal gelesen, was der eigentlich kann. Gott. Gott. RIP. Ja, noch ein Lightning wäre jetzt echt frech, oder? Aber wir kriegen eins. Komm. Hark. No. Pieces. No. Pieces. Okay. Keine Light and Dark, aber... Wir haben ja zwei Net5s. Zwei, by the way, zwei abartige Top Net5s. Also mal ganz ehrlich, einer ist zwar doob, aber... Ein kleiner Pörner, aber ich würde mich eigentlich drüber freuen, jetzt mal ehrlich. Ich muss das mir jetzt gut reden. Ich, wenn ich jetzt einen zweiten Pörner kriegen würde, ich würde ihn auch auf Gewalt machen. Natürlich, Pörner auf Gewalt ist Pflicht. Und Wille Offset ist eigentlich auch Pflicht, weil sonst wird dann in der ersten Runde, wird ein Pörner gerne gesniped. Aber jetzt ein Pörner mit 40k Live kann eventuell eine Angriffskombi ausknocken, indem einfach zu viel Aufmerksamkeit auf Pörner geht. Und Pörner ist auch ein guter Heiler. Aha. Und Rakan natürlich. What? Hier muss ich ihn auf Gewalt bauen. Mhm. Bauen wir auf Gewalt. Wenn du die Runen hast. Ansonsten, ja, guck, dass die Werte passen. Möglichst viel Crit, viel HP, Speed anpassen. Bisschen Accuracy dabei. Mhm. Okay. So. Und da ich ja eh nicht so viel Zeit habe, es hat eh schon etwas länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Mit 15, obwohl 15 Minuten ist eine gute Länge. Ich muss ein paar Hustenanfeile des Todes wieder rausschneiden. Ja, und GZ nochmal zu den Mega-Fetnet-Fives. Ich werde die jetzt noch ins Lager packen im Nachhinein. Wünscht euch ein schönes Wochenende. Ihr seht es jetzt am Samstag, also für euch heute. Wir sehen uns am Sonntagabend in der Rush Hour wieder. Wenn ich mich nicht irre, kommt davor auch noch etwas. Mal gucken, wie es mir da von der Zeit her reicht. Wenn nicht, dann gibt es nur Rush Hour. Dann irgendwann, die Tage, gibt es noch ein Ankündigungsvideo, wie die ersten Runden gelaufen sind, wie es da weitergeht, wann die nächsten Fights losgehen und so weiter. Also bleibt da auch dran und ja, verfolgt es. Ich denke aber, Heaven wird da sicherlich auch wieder eventuell eine Ankündigung machen, weil er ist ja weiterhin dabei. Da gibt es übrigens noch ein paar Leute, die fragen, wie es jetzt aussieht. Also ich war nur eine kleine Schaueinlage und bin quasi für den einen eingesprungen, werde aber nicht weitermachen, weil ich will einfach die Gruppe jetzt nicht auseinanderreißen. Toni hätte sowieso mit Heaven, wäre sowieso weitergekommen. Deswegen werde ich da nicht weiter reinfunken. Die zwei kriegen nochmal ihre Chance, gegeneinander zu kämpfen. Und der Gewinner geht dann ins Halbfinale, ins Finale dann wahrscheinlich weiter. Ich weiß nicht, wie viel Glück Heaven hat, ob es diesmal wieder so viel Procs gibt, Proc-Lug gibt. Mal gucken. Ja, und ich wünsche euch was jetzt, bis zum nächsten Mal.